Noch haben die Silafs Zeit, auch mal das Solarfluss des Nachbarn zu testen. Im Sommer bieten sie gemeinsam Touren an. Ihr Wunsch? Noch lange gesund zu bleiben, das noch lange genug zu machen zu können. Ja, dass die Familie weiter so zusammenhält. Unternehmens nachvollen innerhalb der Familie. Nein. Verkaufen kommt nicht in Frage. Ihr Naturparadies am Ziegelkanal in Südmecklenburg. Sie wollen es auf jeden Fall für Gäste und Familie erhalten. Zurück ans Stettiner Haff im Osten. Die Wüste von Altwarven. Eine Eindrucksfläche.